Michael Herle ist ein deutscher Schauspieler. Biografie Michael Herle studierte an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und begann danach als Theaterschauspieler an verschiedenen Bühnen der Hauptstadt Fuß zu fassen. So erschien er 1991 in dem Stück Mercedes am Theater in der Fabrik, dem Arthur Schnitzlers Einakter der Grüne Kakadu und die elisabethanische Tragikomödie Changeling am Berliner Arbeitertheater folgten. 1993 wurde er mit dem Nachwuchspreis beim Treffen deutschsprachiger Schauspielschulen in Wien ausgezeichnet. 1995 agierte Herle, der unter anderem Jotuyo zu Fechten und englische und italienische Sprachkenntnisse zu seinen Fertigkeiten zählt, unter der Regie von Leonore Elkstadt in Meim am Theater am Hallischen Ufer. Das Stück, in dem sich sechs Tänzer und drei Schauspieler den Entstehungsprozessen von Gewaltarten annahmen, fiel jedoch bei den Kritikern durch. Parallel zur Arbeit am Theater begann Michael Herle ab 1990 auch in Film- und Fernsehproduktionen in Erscheinung zu treten. Sein Fernsehdebüt feierte er mit einer kleinen Nebenrolle in Frank Bayers Kriegsdrama Das letzte U-Boot mit Ulrich Mühe und Ulrich Tukur, woraufhin er Gastauftritte in Fernsehserien wie Max Wolkenstein oder Wolfs Revier absolvierte. In der RTL-Serie Die Feuerengel spielte er seine erste durchgehende Serienhauptrolle. Die Serie wurde allerdings nach 13 Folgen eingestellt. Der Durchbruch als Schauspieler stellte sich erst 2002 mit der Hauptrolle in der Satz-Serie Bewegte Männer ein. In der Sitcom Die Lose auf Sönke Wortmanns Erfolgsfilm Der Bewegte Mann basiert übernahm Herle den Part. Den Till Schweiger in der Kinofassung verkörpert hatte minus eines attraktiven und frisch von seiner Freundin getrennten Heterosexuellen, der vorübergehend in den Haushalt eines homosexuellen Singles einzieht und Bekanntschaft mit dessen ebenfalls schwulen Freunden macht. Der von Oliver Berben produzierten halbstündigen Abendserie Die für jede Folge bekannte Gaststars wie Iris Berben, Oliver Kuritke oder Ingolf Lück verpflichtete, war Erfolg beim Publikum beschieden. 2003 wurde Michael Herle unter anderem gemeinsam mit seinen Serienkollegen Oliver Mut, Victor Scheef und Ingo Now Jocks für den Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler in einer Sitcom nominiert, musste sich aber Walter Sittler geschlagen geben. Nach drei Staffeln und 39 abgedrehten Episoden wurde die Serie Bewegte Männer im Jahr 2005 eingestellt, woraufhin Michael Herle die männliche Hauptrolle in dem ProSieben-Fernsehfilm Mädchen über Bord erhielt. In der romantischen Komödie, die von der Süddeutschen Zeitung als Film wie eine Gummibärchentüte bewertet wurde, ist der 1,75 Meter große Mime als Schiff satzt auf dem Kreuzfahrtschiff Ida zu sehen, der das Herz der streitbaren Isabel Gerschke gewinnt. Ein Jahr später stieß Herle mit einer wiederkehrenden Rolle in der ZDF-Krimiserie Soko Wiesma zur Stammbesetzung um Claudia Schmutzler und Udo Kroschwald hinzu. Hier agierte er seit der vierten Staffel als Kriminaloberkommissar Sven Herzog, der der Liebe wegen Berlin und einer steilen Karriere den Rücken gekehrt hat und durch sein großstädtisches Temperament bei seinen Kollegen auf wenig Gegenliebe stößt. Die Serie verließ er 2010 nach der sieben Staffel. Sein Nachfolger in der Serie wurde Jonas Lauchs, Filmografie, 1990, Das letzte U-Boot, 1996, Max Wolkenstein, 1997, Die Feuerengel, 1998, Wolfsrevier, 1999, Meine grüne Freiheit, 2002, Maximum Speed Renn um dein Leben, 2002 zu 2005, Bewegte Männer, 2005, Mädchen über Bord, 2006 zu 2011, Soko Wiesma, Bühnenstücke, 1991, Mercedes, 1993, Der grüne Kakadu, 1994, 1994, Changeling, 1995, Mayhem, Nominierungen, Deutscher Fernsehpreis 2003, 2004, Nominiert in der Kategorie Bestes Sitcom für Bewegte Männer.